Hallo, ich bin die Liki aus Dresden. Kerstin, Berlin. Hallo, ich bin Johanna aus Landshut, aus Niederbayern. Ich bin der Thomas aus Duisburg. Ich heiße Götz Kolle, ich komme aus Berlin. Ich bin Sophia aus Bielefeld in NRW. Mara Lisa Kulau, Bamberg, Franken. Das ist ein Berliner. Berliner. Krapfen. Pfannkuchen. Berliner. Das ist ein Pfannkuchen. Krapfen. Das ist eine Bulette für mich. Das sind Frikos. Fleischküchler. Frikadelle. Äh, Bulette. Befsteg. Fleischpflanzerl. Brötchen. Brödler. Ne, Schrüppe. Brötchen. Semmi. Das sind Schrüppen. Das sind lecker Dubbel. Pfannkuchen. Pfannkuchen. Äh, Crêpes. Pfannkuchen. Ja. Ein Eierkuchen. Pfannkuchen. 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 Blinsen. Und viertel sechs. Viertel nach fünfe. Es ist viertel sechs. Und viertel auf fünf. Und viertel nach fünf. Die Uhrzeit ist fünf Uhr. Es ist viertel nach fünf. Oh, ja, ja. Viertel nach fünf. Oder wo ich geboren wurde, das raffe ich nie. Viertel sechs. Berliner. Oder auch Berlinerin. Action! Bulette? Nicht was. Götz! Komm schon. Zernabe! Zernabe! Hallo, Herr Bulette. Fangen Sie an. Was ist das? Ein Götz. Brot, Berlin. Ich heiße Blitz. Ich heiße... Mara, wie viel Uhr ist das hier? Viertel sechs.